Lucia pflückt Blumen. Mama. Also Lucia pflückt hier Blumen für ihre Mama. Also Papa hat ausgedient, obwohl ich morgen Vatertag habe. Jetzt pflückt sie die Blumen für den Muttertag nach, aber für Mama ist ja immer Muttertag immer. Sie kriegt von mir immer jeden Tag wilde Blumen, das sind aber schöne Blumen, mein Gott. Zwischen Geld an Walbeck sind wir hier und Geld am Pond. Und? Ja. So, wir sind gerade bei unserer Radeltour kurz vor Walbeck, dem berühmten Spargeldorf direkt an der deutschen-niederländischen Grenze am Niederrhein in Germany und radel jetzt weiter. Wir radeln schon sehr, sehr lange. Ne, Luzi, tschüss.